Freunde, wir haben heute ein 151er Display und mit dabei ist meine Freundin. Hallo! Und wir werden heute ein Pack-Battle machen. Bist du gespannt? Nö. By the way, dieses Design hat meine Freundin gemacht. Wunderbar und mega geil. Checkt den Merch-Shop aus. Und mit Code Zero, vielleicht noch 10%, checkt ihn gerne ab. Wir haben hier jetzt die Auswahl der Auswahl. Du kennst ja das Set, ne? Natürlich. Ist ein geiles Set. Wenn ich Mew Altar ziehe heute, big win. Welche Seite willst du haben? Ich will die linke. Okay. Es kann auch ein Godpack drin sein, ne? Oh Gott. Und ich würde sagen, wir legen los. Let's do that. Fleckmon. Aha. Safcon. Und Masterball ist auch drin. Hast du Masterball? Nein, habe ich nicht. Ich wollte gerade gucken. Ich auch nicht. Oh, ich habe einen Jinx. Ah, wir sind natürlich im Pack-Battle. Das heißt wieder, Punkt für mich, meine Kerle. Trash. Ne, ist Mockmock's geile. Was? Mockmock's geile? Hä? Weißt du, wie oft der mir den Hintern versohlt hat? Das Gala-Shiny. Ach so, die Karte. Ja, ja. Ich bin der Cutter. Kapiert ihr? Ich bin Cutter. Aber dieses Video schneidet mein Cutter Tobi. Tobi, hallo. Wie geht's dir? Und jetzt gehen wir rein da. Let's go. Let's go. Habe ich Meisterball? Ne. Na. Hast du Meisterball? Ne. Ich habe Bibor. Garados. Ja, Bibor, Garados. Was ist geiler? Ich finde Garados schon cooler. Okay, Punkt für dich. Okay, okay. 1 zu 1 ist okay. Ein da. Okay. Ich weiß gar nicht. Ich gucke auf dem Display. Ich weiß gar nicht, welche Karten von denen meine sind. Keiner? Keiner? Keiner. Ich habe einen Gengar. Mewtwo. Uh, aber Gengar von Kumia ist geiler, oder? Ja, der ist so sick. Ja, ich bin schon der Cooler, Alter. Ich habe jemanden auf Twitter gesehen, der den aus Filz gemacht hat. In der Pose. Oh, das Gengar ist mega. Oh, Taurus. Oh, Taurus? Taurus. Ja, 2-1. Let's go. Ich gewinne. Ich finde das Pattern von den Boostern richtig schön. Alles in den Boostern ist mega geil. Ich finde alles sehr cool. Aber ich finde es immer noch schade. Es fliegt so schlicht gut einfach. Das kann doch immer so viel Liebe ab. Darüber wollen wir nicht sprechen. Schreibt mal gerne in die Kommentare, was ihr gerne für ein Set hattet. Hätet ihr gerne Joto, Höhn oder sonst was? Und heute wird bestimmt mal wieder was verlost. Vielleicht sogar... Ein Shirt. Ein Shirt. Ja. Wenn ihr Bock drauf habt. Nur weil ich da bin. Können wir gerne machen. Kein Master Ball? Nee. Aber siehst du die Printline? Yikes. Bruder, Alter, meine Printline. Siehst du die bei meinem Labras, ey? Ja. Das ist ein ganzes Koordinatensystem. Oh. Der ist cooler. Der ist cooler. Ja, 2-2 ist okay. Wir haben schon gleich das erste Display für Weg. Was? Ja, ich glaube schon. Wir sind nicht mehr so viel Packs, oder? Sagen wir, wer Godpack zieht, hat Auto-Win? Ja. Kennst du diese Videos so von wegen, yo, wenn ich das ziehe, hört das Video auf? Ja, das kenne ich. Das ist ein bisschen lame. Ich habe keinen Master Ball. Ja, auch nie. Okay. Ich habe einen Lavados. Oh, shit. Oh. Du hast ein Mew. Let's go. Das ist ein Torrikade. 7 Euro oder so. Das kostet der. Der ist echt gut. Nimm mal eine 7 Euro, bro. Oh, Mew. Mew ist ein sexy boy. Oder girl. Mew ist ein cooles Wesen, sagen wir. Auf geht's. Weißt du? Ich gebe dir ein Ihr seht es zuerst Pack, okay? Okay. Bist du ready? Okay. Godpack. Nein. Aber pass auf. Jetzt müsste die Rare kommen. Oh, Junge. Guck mal. Ich warte auf dich. Ich warte auf mich. Achso, auf mich. Ich warte auf dich. Okay. Du hast keinen Meisterball. Oh, ich habe ein A-Bog. Das ist unsere Fullart. Warum A-Bog? Wusstest du, dass A-Bog rückwärts Koboi heißt? Oh mein Gott. Ich will sterben. Ist ein sehr spielstarkes Pokémon halt. Wenn er irgendwie angreift, kannst du durch zwei Karten vom Gegner discarten halt. Aber yeah, es ist halt nur ein A-Bog. Aber es sieht trotzdem saugeil aus. Die Japaner wissen ganz genau, wie sie ihre Structure machen halt. Ja. So, wir haben noch Chance aber auf A-Rares. Wir haben noch keine einzige. Wie heißt hier? A-Rare. Noch keine einzige. Ich dachte, da sind mehr drin. Ja, eigentlich schon. Oh, ich weiß noch nicht, wo die sind. Hab ich meinst du was? Oh, du hast eine. Sehr geil. Den habe ich noch nicht. Oh, der ist so cool. Kapuzi, der ist ja super sick. Der ist cool. Und ich habe einen Arctos. Aber der ist geil. Das ist Punkt für dich. Kapuzi, guck ihn dir an. Kommt schon. Pikachu. Okay. Magma. Ich habe einen Raupi. Wie süß. Der ist ja geil. Vor allem mit da vorne. Ich glaube, der entwickelt sich gerade zu Safgorn oder ähnliches. Das ist so süß. Und einen Kangama habe ich. Ich habe gewonnen. Let's go, meine Kerle. Ich bin bereit. Ich bin heute viel zu langsam. Es ist die Hitze. Es ist heiß, meine Kerle. Es ist heiß. Aber wir haben auch keinen Meisterball. Ich habe einen Meisterball. Ja, ich habe einen Meisterball, meine Kerle. Das ist hier der Meisterball vom Display dann. Das ist der Meisterball des Displays. Da sieht man ihn. Die Meisterballs. Und? Das ist ein Widerpunkt für mich. Ich gewinne das ja locker. Was ist das denn? Ich habe keinen Ghostback. Oh, ne. Ups. Ich schon. See ya. Loll. Adria. Let's go, Pikachu. Die ist mega nice. Und jetzt noch ein Glurax. Oh, Zapdos. Wie gut. Alter, wie nice. Ah, Pikachu ist doch mega nice. Oh, wie cool. Ne, über Pikachu bin ich mega glücklich. Das ist das erste Pikachu, was ich gezogen habe auch. Ich finde die Ello so hübsch. Der Arzt ist super. Also ich mag den Stil von, wie die Menschen auch mal gezeichnet sind. Es ist noch was ganz anderes halt. Vor allem bei den ganzen detaillierten Pokémon, Fucano, du hast Pummeluch. Du hast sogar ein süßes Gengar hier vorne. Das hat ein bisschen Kaffee-Remix-Vibes. Ein bisschen belieben hier alleine. Das letzte Display vom guten Corner haben wir das bekommen. Kuss. Geht raus an den. Danke, Corner, fürs Bereitstellen. Welche Seite willst du? Die linke. Die? Die da. Die da. No pressure. Und jetzt? Rein da, meine Kerle. Ich habe es ohne Schere. Und giddidi, giddidi, giddidi. Godpack. Kein Godpack. Schade. Anton. Du hast ein Anton. Ich habe das Totog, Alter. Hast du es nicht noch gesagt? Oh mein God, wie cool. Wie geil ist der, ey? Alter, das Arita-Ding sieht so gut aus. Siehst du diese... Die ist gar nicht so wertvoll, halt, ne? Die steigt aber gerade. Die ist so 60, 70 Euro. Alter, die ist so voll gedentet, Alter. Guckt euch das mal an, ey. Wie die reflektiert ist. Also, wir haben tausende Water-Bubbles hier drauf. Und so ein Strudel, der in ihn hineingeht halt. Frage, kann jetzt dahinter auch noch was sein? Ja, bei dir kann auch was sein. Ah! Es ist so... Sieht man auf der Kamera eigentlich, wie krass die schimmert? Man sieht den Regenbogeneffekt mega krass. Ah, geil. Guck sie auch nochmal, Jan, bitte. Hier, tausche mal einen Anton gegen... Also, die Anton ist auch sehr geil. Der Strudel auch. Ist mega. Also, die Anton ist auch schon unverschämt heftig, halt. Können jetzt noch mehr solche jetzt drin sein? Wir können noch eine Fuller ziehen, by the way. Oder wir können noch eine Alter ziehen auch. Das ist möglich. Aber... Oh, jetzt ist der Meisterball! Du hast einen Meisterball? Hä, der geht über das Ding drüber? Ja, der ist komplett drüber. Wow, cool. Das ist nice. Ich hab einen Elektroball. Geowatz! Ich glaub, den hatte ich auch noch nicht. Aber der Meisterball schon mal. Doppel-Meisterball und Geowatz. Ich war leider auf einer Trainerkarte. Finde ich jetzt ein bisschen unspektrum. Ja, das hab ich nicht so cool. Aber wir haben bisher super solid Karten, ey. Pikachu, Tor-Talk und... Rein da. Ja. Ich hab einen Zapdos. Oh. Oh, und Weihblumen. Das ist schon sehr cool. So, let's go. Ready, set, rein da. Wupp. Wupp. Oh mein Gott, das ist so, wie cool. Er sagt, hallo da hinten aus dem Stein. Hallo. Was geht? Wir haben ja am Wochenende drüber gesprochen, so. Wenn ich Karten verkaufen würde aus meiner Sammlung, würde ich die Aldaz beispielsweise nie abgeben. Weil das so Karten sind, die ich persönlich super schön finde. Und die kannst du dir halt anschauen und bist einfach happy. Hardware. Doppel-Hardware. Let's go. Wie gut. Aber die haben wir schon. Ja, aber Snorlax ist cool. Und Raupi ist auch nice. Wer ist cooler? Ich mag den Stil von Raupi. Okay, wir haben noch zwei Booster. Ich mach ein I. Seht es zuerst bei dir. Are you ready for it? Oh shit. Was passiert? Oh shit. Ist gut? Ja. Okay. Ich bin gehypt. Warte, Sana muss hier unten hin. Dead. Dead. Ja. Und? Ja. Let's go. Es ist das Glurak. Das allererste. Ist er Valve? Er ist sehr gut. Oh, geil. Der Glurak ist spielstark, aber er ist nicht super spielstark. Der wird das cool, wenn das Obsidian Flames Glurak rauskommt. Glurak für den Glurak-Beordner. Ich glaube, es kommt letztes Pack, oder? Ja. Ich will nur Erika ziehen. Finales Booster, Leute. Checkt gerne auf jeden Fall den Merch-Shop aus. Mit Code Sio spart ihr 10% und checkt auch gerne den guten Korner aus. Ich würde sagen, das war ein gutes Opening. War solid. Was siehst du jetzt noch? Was Gutes. Was Gutes? Was Süßes. Ist echt süß. Süß! Dragoan ist cool. Macht's gut. Tschüssi. Verreckt. Verpackt vonORTER Cottans. Be Pod wird mal in die nächsten минут. Das war 3ο. Verpackt. Was scht. Vielen Dank.